Fällt es Ihnen auch zunehmend schwerer, die passenden Mitarbeiter zu finden? Das könnte daran liegen, dass Sie nicht wie Ihre Bewerber denken. Denken Sie wie Max. Max ist auf der Suche nach einem Unternehmen, bei dem er gerne arbeiten möchte. Deshalb recherchiert er im Internet und in den großen Jobportalen. Max schaut sich die Jobangebote nacheinander an. Die meisten Stellenanzeigen gleichen sich. Eine typische Auflistung der Anforderungen. Max würde natürlich gerne wissen, wie das Unternehmen als Arbeitgeber ist. Welche Menschen arbeiten dort? Wie sein Arbeitsplatz aussehen würde? Deshalb sucht er im Internet nach der Homepage des Unternehmens. Hier erwartet Max Antworten auf seine Fragen und möchte am liebsten auch schon mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Besonders gut gefällt ihm, wenn er nicht lange suchen und lesen muss, sondern alle wichtigen Informationen auf einen Blick vorfindet. Liebe Arbeitgeber, heben Sie sich aus der Masse ab. Denken Sie aus der Sicht Ihrer Bewerber. Denken Sie wie Max. Mit einem Bewerberfilm zeigen Sie in drei Minuten, weshalb es großartig ist, bei Ihnen zu arbeiten. Ihre Bewerber finden so alle wichtigen Informationen und bekommen einen authentischen Eindruck, wie es ist, bei Ihnen zu arbeiten. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Schnell, professionell und günstig. Seit über zehn Jahren präsentieren wir Arbeitgeber von Ihrer Schokoladenseite. Bewerberfilm.com Das Original Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.